Ja, vielen Dank Julian und damit herzlich willkommen zu diesem kurzen, knappen Ankündigungsvideo für den nächsten Livestream. Der wird nämlich direkt morgen am Samstag, dem 30.04.2016 ab 20.15 Uhr hier auf dem Kanal zu sehen sein. Wir werden wieder OMSI fahren und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit euch eine Karte mit einer passenden Linie dazu zu wünschen und einen Bus, den ihr vielleicht sehen möchtet oder ihr seid natürlich auch einfach nur dazu eingeladen hier einzuschalten, ihr müsst euch natürlich nichts wünschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in zahlreicher Zahl dabei seid und das wäre es auch schon gewesen und da der Julian mich hier die ganze Zeit schon auf die Schulter haut, der will noch irgendwas loswerden, sag ich mal an der Stelle, Julian hat das letzte Wort und damit bis morgen vielleicht. Macht's gut, Leute. Tschüss. Von mir auch Tschüss und der Andi hat mich hierzu gezwungen.